Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte gerne diesen ganz besonderen Augenblick mit dir teilen und dazu noch mit einer ganz besonderen Ölmischung, nämlich Sensation. Wie du siehst, bin ich hier mitten auf hoher See. Die Sonne scheint und es ist wirklich ein ganz besonderer Tag. Es ist wirklich ganz außergewöhnlich und verstärkt total das Gefühl von Freiheit, von Glück, von Einsein, so mitten auf dem Meer, die Sonne genießen, die Meeresbrise spüren, die Naturgewalten. Und um dieses ganz besondere Gefühl zu verstärken, ist Sensation eine ganz tolle Ölmischung. Sie hat ganz wundervoll blumige Elemente, aber auch würzige Kraftrolle und verstärkt einfach dieses Gefühl von Einsein, dieses Gefühl von Glück, diesen ganz besonderen Augenblick, den Moment leben und genießen. Ich trage mir mal einen Tropfen auf die Handfläche auf, verteilt es rechts und genäht, trage es mir auf mein Herzchakra auf, hinter die Ohren und inhaliere ganz tief. Es lässt dich einfach ankommen, den Augenblick, diesen wundervollen Moment ganz tief spüren und genießen. Und einfach im Hier und Jetzt zu sein und dieses wundervolle Gefühl noch zu intensivieren und zu verstärken. Wenn du so ein Sächen auch mal riechen möchtest, schicke ich dir gerne duftende Post. Ansonsten würde ich mich riesig über ein Daumen hoch freuen und wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020